Übels, okay was haben wir falsch gemacht? Zu wenig Bunker? Vielleicht. Zu wenig Marines? Auch vielleicht. So wie innen wir sehen jetzt erstmal alles hier, obwohl wir können ja auch hier zu machen. So wir brauchen erstmal dringend BBFs. Ne, ich glaube wir hatten viel zu wenig Marines. Ne, ich glaube wir hatten generell zu wenig Marines. BBF bereit. Da kommen sie. Durchladen und entsichern. BBF Einsatz bereit. Schon wichtig jetzt? So, das ist schon mal gut. Wir machen jetzt erstmal mehrere BBFs. Dann gehen wir hier auf das Update hoch. Wir machen unten die Bunker voll. Nicht genügend Mineralien. BBF bereit. Nicht genügend Mineralien. Okay, wir brauchen mehr von diesen Truppen hier. Was nicht passt mit BBF Einsatz bereit. Nicht genug Vespin Gas. Klar, los. Was ist das? Was ist kaum noch erwartet? Durchgeladen und entsichern. BBF bereit. Nur zu. Bereit machen, Jungs. Nicht genug. Nicht genug Mineralien. Nicht genug Mineralien. Nicht genug Mineralien. Nicht genug Mineralien. Mehrere feindliche Flugeinheiten gesichtet. Ankunftszeit verdammt nochmal jetzt. So, die waren auf jeden Fall... Oh Gott, wo wollen die denn hin? Hä? Die waren doch da. Ah ja. Da kommen sie. Oh, das sind doch durch. Okay, okay, okay. Das war noch okay. Nicht genug Vespin Gas. Kommt noch was? Nur zu. So, jetzt müssen wir hier alles zumachen. Jupp. Jawoll. Nicht genügend Mineralien. Von hier auf. Los geht's. Oh, was kommt denn? Kann ich Traum noch erwarten. Bingo. Ich bin überhaupt schon. Abmarsch mit. Nicht genügend Mineralien. Hm, hm, hm. Kommt noch was? Los, los, los. Bbf Einsatz bereit. So, ich werde jetzt einfach hier... was noch verteidigen. Dann gehe ich zu den ersten... zu der ersten Mission da. Bereit machen, Junge. Los, los, los. Mayday, Mayday. Wir sind eingekesselt von den Zerg. Sie haben sich um uns herum eingegraben. Wenn jemand in der Nähe ist, bitte helft uns. Okay. I try. Keine Einheiten verlieren. So, jetzt machen wir hier die Upgrades noch schnell. Okay, das sollte aber handelbar sein. So, das war auf jeden Fall nice. Jetzt gehe ich mit denen hier auch noch nach oben. So, das ist natürlich noch das Problem. Die Depots machen wir hier hinten. Weil die überrennen uns ja auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir gar nicht verhindern. Durchgeladen und entsichert. Der Midi-Berweite geht los. So. Tut das gut, euch zu sehen. Wartet, wir kommen mit euch. So, der letzte war hier, ne? Basis wird angegriffen. Oh shit. Okay, jetzt muss ich hier produzieren, 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 produzieren. Durchgeladen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Kannst kaum noch erwarten. Upgrade durchgeführt. Abmarschbereit. Das Problem ist, wenn gleich die Links da sind. Das Problem ist, wenn gleich die Links da sind. Bitte nennen Sie die. Wir haben gerufen. So tut's nicht. Jetzt geht's rund. Basis. Unsere WBFs werden angegriffen. Warte. Und dann noch neun Minuten, ne? Und dann noch neun Minuten, ne? Und dann noch neun Minuten, ne? Ich hab die ganze Zeit zu wenig Marines. Wir brauchen sofort Unterstützung. Feindliche Einheiten überall um uns herum. Hört uns jemand. Verstanden. Fertiggestellt. So. Produktion. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Warum nicht? Wir brennen auf jeden Fall nicht in die Zerg-Basis. Wir können hier etwas schlechter machen. Nicht genügend Mineralien. 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 Los, los, los. Kannst kaum noch erwarten. Nicht genügend Mineralien. Wir könnten hier etwas schlechter machen. Aufmachen. Wir kommen jetzt in die Basis. Nicht genügend Mineralien. Wenn man aber kein Stimpact hat, ne? Merde. Wir kommen jetzt in die Beine. Jetzt gehen wir. Wir kommen jetzt in die Basis. Wir kommen jetzt in die Basis. Das ist ganz wichtig. Ich weiß es. Dass wir wohl nie die Mineralien. Wir kommen dann in die Basis. Wir nehmen die Mineralien. Soll ich die hier hinballern? Ich habe keine Mineralien, was ist denn das? Nicht genügend Mineralien. Ich kann dieses nicht genügend Mineralien, ich wollte nicht mehr hören. Wie die Bainlinge einfach alles kaputt machen. Ich bin nicht mehr wichtig, ich habe keine Mineralien. Aber ich habe keine Mineralien. Ich bleibe ich. Was ist das denn? Was ist das? jetzt geht es jetzt geht richtig ab durchhalten die kavallerie ist auf dem weg wir werden da draußen in stücke gerissen wir müssen auf höheres gelände zurück das schaffe ich nicht oder so übel 15 sekunden wir sterben holy moly ich bin froh dass wir es noch rechtzeitig geschafft haben uiuiuiuiui Uiuiuiui